so ja willkommen zu du siegier du siegier ich weiß nie wie man das ausspricht siegier du siegier level 3 ich habe keine ahnung hier muss ich bitte aneinander drücken dankeschön ich hoffe die aufnahme läuft noch so ok so hier war der typ mit der pistole da kommt nicht so viel hier kommt nicht verstecken So, okay, dann haben wir gleich mal ein paar, ich drücke immer die falschen Tasten hier. So, wir haben eine Pistole, endlich, yay! Ah, sogar Beidhändigkeit, yes we can! Ja gut, schießt ein bisschen sehr schnell hintereinander, ich würde mal sagen, so schnell schießt keine Pistole, wobei ich da ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe, weil normalerweise, wenn du schießt, geht ja der Schlitten dabei nach hinten, weil der Schlitten ist der Gegenschlag für die Pistole und wenn die Pistole Druck aufbaut, dann schießt die Kugel nach vorne und der Schlitten dabei nach hinten. Und durch dieses nach hinten zählen, wird dann gleichzeitig die nächste Kugel nachgeladen, aber ich glaube mal, der Schlitten braucht für diesen Vorgang viel länger, als dass es so schnell schießen könnte, ich bin mir das aber auch nicht sicher. Kann durchaus sein, weil es ist ja alles relativ klein in der Pistole, dass man da tatsächlich so eine hohe Frequenz hinbekommt. Dennoch ist mir... Achso, ich gewisse es nicht. Ja halt, wie gesagt, ein normaler Burst-Shot geht halt wirklich langsamer. Egal. Äh, genug gelabert. Ohaah, ich wollte mich mal nicht so ersammeln. Tut mir leid. Ohaah, ich wollte mich mal nicht so ersammeln. Tut mir leid. Äh. Na? Geht doch. Was, wie, wo, was? Boah, Alter, ich finde das so hässlich, dass man hier nicht... Ach komm, Alter, ganz ehrlich. Ich meine, das ist Brutal-Doom, ja. Bei Brutal-Doom, da darf man sich gefälligst auch bücken und springen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Genau. Allo, Crouch und jetzt eine Eins. Ich hoffe es. Allo, Jump auf eine Eins. Ja. Perfekt. Okay. Nice. Erst von morgen Gymnastik. Ja. Hi, Baby. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier die Munition einsammeln. Dankeschön. Okay. Ja, ich werde den Button da natürlich nicht drücken, weil damit würde ich die Map verstören. Also den, äh, den One von der Map, also wie die Map gedacht ist, dass man langläuft und so, ihr wisst schon. Okay. Das war klar. Ich glaube, das hier war die Map, die, äh, auch im Trailer vorkam für Doom Sigil, kann das sein? Boah, Alter, der stirbt halt. Danke, ey, der dauert jetzt, ey, Munitionsverschwindung as fuck. Boah, da kriegst du schon wieder Plack auf den Pläder, mein Neuen, mein Gangster, ey. Okay. Hier ist ne Kerze. Ach, klar, musst du wieder abschießen. Ich schon wieder. Ha! Was war das gerade? Hier hat sich grad irgendwas durchs Bild bewegt. Oder krieg ich jetzt nicht von Halluzinationen? Digger. Was für Hölle. Egal, lassen wir alles dabei. So, erstmal hier alles nachladen, genau. Kann man, äh, ja. Erstmal die Fäuste nachladen, klar. Wieder die ganzen Finger rankleben. So, alles nachgeladen, sehr schön. Dann die richtige Waffe auswählen. Wobei ich lieber erstmal die hier nutze. Speichern, und jetzt geht's weiter. Okay, irgendwas hat sich hier runter befähigt. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass hier wieder irgendwelche Kakodemen sind, weil ich hab nur welche gehört. Da ist bloß ein Backpack, äh, Halfpack. Und hier geht's jetzt rein. Okay. Tut das weh? Ja, es tut natürlich weh. Warum muss immer das weh tun? Danke. Das? Ach, nö. Da sind wir wieder normaler gelaufen. Weil wir jetzt irgendwas, was wir brauchen, noch nicht haben. Oh, wow. Okay. Fuck you. Hä? Alter, lad doch mal ordentlich nach hier. Warum läst du immer nur eine Kugel nach? Ach so, wir sind bereits draußen. Ist bereits offen. Okay, jetzt kommen wir gleich wieder raus. Nein, hier auch falsch. Hier. Ach komm. Ach, nimm. Nimm auch gar nicht auf, wenn ich das nicht brauche. Sehr schön. Also, ich komm mal gleich runter. blauen kugeln oder sowas die man auch aufnimmt wenn man sie gar nicht gebrauchen kann und man damit schön verschwendet so jetzt müssen wir ja also doch das ist genau die map die auch bereits angeteasert wurde bei von linker boomstar ok raum nummer eins ist weg im wo 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 warte ist jetzt weg was gibt es hier so alles ach du scheiße wollt ihr mich ficken kacko demon alter, die klubs ja hier, ne, guck mal her komm ist er flugzeug im sturzflug okay ach da ist noch ein kacko demon, äh, pinkie aber treff ich den, oder? na komm, dachte ich jetzt haben wir sechs schuss und mehr verbrauchs für ein pinkie das ist schon so ah ja 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 also ich muss schon sagen, ich stelle mich jetzt bei der Map schon mal besser an als John Romero bei seinem, äh, ja, bei seinem Vorstellungsvideo ja, wobei man auch gesehen hat, dass John Romero alles andere als taktisch vorgegangen ist, sondern er ist einfach halt mit Doomlike einfach drauf losgestimmt und ist natürlich klar ja danke dafür ähm ähm ich rechne jederzeit mit einer Falle da ist ein Teleporter bringt er mich zum Ausgangspunkt zurück, wenn man hier runterfällt, oder ist das ein Secret? ich spring einfach mal ja, da bringt er zum Ausgangspunkt zurück okay ist auch ein Teleporter ja apropos Sequels, siehste, wir haben hier noch neun, äh, vier Sequels offen und haben diesmal noch kein einziges gefunden äh ey ich, ich, ich spiele mit auf meiner Tastatur, ne und jedes Mal, wenn ich meine Handtaste auf die Tastatur lege lege ich sie genau eine Taste verschoben das heißt also, ich will immer W drücken drück aber E will D drücken drück aber F und so und nur so viel Scheiße, ja das ist hier ist ja hier kriegst du ja Aids Asthma und Plasma gleichzeitig ja, 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 komm Acht dahinten haha vollidiot, alter hattest freie Schuss, man verkackt trotzdem dein Job da ist noch einer vollfrosten er lebt noch? er lebt doch nicht oh, das da müssen wir uns merken halt das wieder die rote, der rote, der rote Dingser, kommst da na komm her die Frage die Frage ist, kommt man hinten um hier hin? ich probier mal hier hinten rein zu springen weil das sah sie tief genug dafür aus selbst was schießt hat ähm ok, das geht so nicht mal gucken, ob es Wave-Warning äh hier äh 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 ja doch, ist das Wave-Warning ja, der war krass verkackt aber es siehst so aus, als könnte man damit echt drauf kommen also nochmal letzter Versuch vielleicht auch ein vorletzter vielleicht auch ein vorletzter vielleicht auch ein vorvorletzter jawoll man kommt drauf mit Wave-Warning ok nice und schon wieder so ein Ding genau so platziert dass man da nicht dran vorbeikommt das ist natürlich äh ok, kommt man nicht drauf mal gucken, ob es drauf was zu sehen gibt ne, hier drauf gibt es noch nicht zu sehen ok uah uah ok gut, diesmal spreche ich aber davor und guck mal, ob man hier mit um so ran kommt ok 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 ok, das ist nice ich guck mal vorher nochmal, ob es hier noch was anderes gibt weil irgendwas hat sich hier noch gesenkt ich weiß nämlich nur nicht ob das was war, was für uns war oder ob es einfach nur so war ne, gar nichts so so das müsste jetzt genau der Bereich sein wo man auch da hinkommt wenn man oben lang laufen würde wenn ich das jetzt hier räumlich richtig einschätze ja, genau ok cool, nice, ok das gefällt mir oh, Plasma Plasma-Munition naja, schon klar ach ne, das ist der Eingang hier da kommen wir vorne raus wieder, oder? ja what the fuck geben wir zu betreffen hier Mann was war denn das jetzt hier schon wieder für ne Scheiße Digga, da spiel ich mal drei Jahre lang kein Doom und schon verkacke ich hier alles weißt du was, wow, das war dumm trab an hallo ach, leck mich doch noch mehr? oh Intuition gilt also doch noch sehr schön auch wenn wir echt grad hart verkackt haben was, was ist denn hier für ne Schaden? äh, hallo? ich bin hier siehst du mich nicht? rennt die erstmal weg, ich glaub's nicht auf so was muss die erstmal kommen, ja? ok oh, nani da nein, die ist jetzt auch tot hä? oh, fuck siehst du, da kann man gucken, ob wir hier noch ein paar Sequels vergessen haben genau, das hinten haben wir den rosanen Bereich und mehr ist hier erstmal nicht zu sehen na gut, ok ok ja gut, dann wollen wir mal, ähm dank Graf, ja ja, 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 ist ja gut, jetzt aus oh, oh mir schwankt übles Achso, ich hatte schon gesehen, dass ich jetzt die Plattform wieder 20.000 Gegner rauskomme. Okay, gut, dann hole ich erstmal die ... Wow, hat das genau gar nichts gebracht. Boah! Boah! Digga, ich muss hier smoother durchgehen. Boom! Easy! Zerfickt! Boom! Okay! Hallo? Bist du? Da! Easy! Okay, hier wird wieder dieser ... Haha! Ich habe gerade Pinky gehört. Okay. Ey, wir haben 3-5-4-Secrets. Wo haben wir die denn alle her? Da liegt eine Waffe, nehm ich mir die? Ja, komm doch. Die kriege ich locker. Yay! Perfekt! Geil! Ähm ... Ah, komm. Huha, 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 huha. Ist das schon das Ende? Nein. Ist das nicht. Ah! Ja, lol ey. Aber warum gibt es hier Raketen, aber keinen Raketenwerfer? Oder gab es den auch per Secret? Gut. Gut. So war. So, alles schon nachgeladen? Okay. Na komm mal her. Komm, den hole ich mir von vorne. Wahrscheinlich einfacher. Boah. Boah, Junge! Warum gibt es hier mal noch Bäume? Ach, nö. Ich habe ein schwaches Herz. Bitte lasse mich in Ruhe. WTF? Warum denn? Digga, are you kidding me? Ich habe ein schwaches Herz. Bitte lasse mich in Ruhe. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Ich hab'n schwaches Herz. Bitte lass mich in Ruhe. Jetzt würde ich mir echt gerne diese Rüstung da holen, aber ich glaube, sie kommen wir nicht mehr hoch. Nee, kommen wir nicht mehr. Na gut, okay, lassen wir das. Oh, Mann, 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 ach, wie das ist mein Level, wo wir nicht mit der Rüstung an, perfekt werden, ja, okay, in dem Sinne, Schaum und V.